Hallo Leute und willkommen zurück bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Ja, die letzte Folge hatte ziemlich Überlänge, denn wir haben endlich ein bisschen was über die Story erfahren, beziehungsweise sind vorangekommen und haben erfahren, dass die gute Flora gar nicht Flora ist, sondern der Bösewicht Don Paolo. Und ja, jetzt sollen wir ins Hotelzimmer gehen. Gut, das werden wir machen. Ist das hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Waren wir da überhaupt? Ja, Luke. Ich kann mich hinsehen. Hä? Die Schatulle ist leer. Und wir leben noch. Also trifft meine Vermutung zu. Was meinen Sie, Professor? Folgende Rätsel wurden an Oma Enigmas Rätselhütte gesendet. Okay, drei Stück. Oh, Rosenduft. Das hätte ich ja gerne gemacht. Wir müssen zurück in die Stadt und uns weiter umhören. Ich habe einen Verdacht, den ich überprüfen will. Okay. Ich hoffe übrigens, dass ihr im Hintergrund keine laute Säge hört, denn mein Nachbar sägt gerade mega laut. Ich habe das Fenster auf, weil heiß und so. So, was hat er noch zu sagen? Guten Abend, die Herren. Bitte verzeihen Sie meinen unbetrüblichen Temperamentausbruch von eben. Aber ich bitte Sie, Ihre Worte waren entscheidend für die Klärung der Situation. Ich hatte sogar den Eindruck, dass Sie sehr gut mit der Geschichte der Herzens auskennen. Sich übrigens... Nun, das könnte man wohl sagen. Zu Lebzeiten beehrte der Herzog unser bescheidenes Hotel oft mit seiner Gegenwart. Ich weiß noch genau, wie freundlich er stets zu mir war, obwohl ich nur ein einfacher Bediensteter war. Als der Herzog noch unter uns weilte, strotzte Foulsense nur so voll Leben und Energie. Aber als die Mine dann geschlossen wurde und der Herzog starb, wurde es so furchtbar düster hier. Wer trat sein Erbe an, nachdem der Herzog verstorben war? Hatte er noch weitere Nachkommen? Wenn ich mich recht erinnere, nahm der Bruder Herrn Belugas den Platz des Herzogs ein. Das ist alles, was ich mit Sicherheit sagen kann. Ich höre allerdings, dass der neue Herzog sehr jung ist. Und dann natürlich die furchtbaren Vampirgerüchte. Das ist alles, was ich weiß. Okay. So, dann machen wir uns doch mal auf den Weg in die Stadt. Finde in der Stadt Hinweise. Oh ja, der verrückte Sammy, den quatschen wir auf jeden Fall an. Na, hallo, meine edlen Retter. Nur dank euch hat mich Sheriff Schnauz nicht ins Kittchen verfrachtet. Als kleines Dankeschön habe ich mal mit dem Kurator souffliert, euch das Museum aufzusperren. Ist nicht die Welt, aber vielleicht findet ihr dort irgendwas, was euch weiterbringt. Schaut unbedingt mal rein. Danke, Sammy. Das wäre ja fast haarig für Sie geworden, was? Ich bin immer noch ganz baff, dass Herr Beluga selbst der Herzenfamilie angehört. Ja, mein Onkel hat nie besonders viel darüber gesprochen. Ich weiß, dass er die Stadt nach irgendeinem Streit mit dem seinem Vater verließ, dem Herzog. Seinen Bruder erwähnte er aber oft. Er hatte ihn wohl lieb, obwohl er ihn verlassen hatte. Aber nun hat sich dieser faulige Vampir im Schloss eingenistet. Ich sage es ja nur ungern, aber der Untote hat den Herzog wohl kaum am Leben gelassen, als er einzog. Okay. Oh, Tagebuchschlüssel. Ja, cool. Luke und Professor Leighton beschließen erneut, das inzwischen geöffnete Museum aufzusuchen. Das ist wunderbar. So, ich werde aber mal kurz hier ins Tagebuch gucken. Heute ist ein Tag der Freude. Nach langen Verben meinerseits stimmte das Mädchen, das ich liebe, endlich zu, mich zu heiraten. Ich muss mich sofort auf ihre Ankunft vorbereiten. Ich würde das ganze Schloss umkrempeln, um es für sie gemütlicher zu machen. Ich werde außerdem ein besonderes Kleid für sie in Auftrag geben. Sie wird darin zauberhaft aussehen. Das steht ganz außer Frage. Ach, wie schön romantisch. So, wollen wir sie nochmal ansprechen? Aber sie weiß anscheinend nichts. Früher gab es in Foulsands viele Adelsfamilien. Doch dann fand Herzog Herzen Gold am Rande der Stadt. Dadurch änderte sich alles. Foulsands entwickelte sich äußerst rasch. Doch das Gold lockte auch viele zwielichtige Gestalten an. Ach, was für eine Schande. Dabei war Foulsands mal eine so bezaubernde Stadt. Okay. So, ich denke, wir machen uns auch direkt auf den Weg. Wer weiß, was uns hier unterwegs noch begegnet. Das war der mit dem Rätsel. Welcher war das nochmal? Habe ich das in der letzten Folge gelöst? Hatte der überhaupt noch eins? Ich bin früher mal durch die Gegend gerannt. Aber jetzt bin ich sofort müde. Ob ich alt werde? Okay, das war der mit dem Blumenbeeten. Das wird nach wie vor aufgeschoben bis, bis weiß ich nicht, bis ganz zum Ende. Sie möchte vermutlich einen Tee, ne? Das kriege ich wieder nicht vernünftig hin. Deshalb machen wir uns, wie gesagt, echt auf den direkten Weg. Ihr zwei steht da auch gerade nur rum. Okay, kann ich jetzt nach rechts gehen? Ja, kann ich. Sehr schön. Er steht da auch erstmal nur rum. Und dann können wir mal schauen, ob wir es in dieser Folge noch schaffen, Oma Enigma auch noch einen Besuch abzustatten. Er steht da auch immer noch rum und redet. Oh. Oho. Es ist der Kurator hier. Ich klicke auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Moment, was sagt er? Diese Artefakte zeigen die lange Familiengeschichte. Okay. Nur die wertvollsten Objekte sind hier ausgestellt. Keine Münzen? Zumindest gerade noch nicht. Okay. Stanley. Willkommen, liebe Besucher. Ich bin Stanley, Vorsteher und Kurator des Herzen... Herzengedeckmuseums. Wir stellen eine große Sammlung von Zeitdokumenten über die Stadt und das Herzengeschlecht aus. Ich hoffe, auch ihr findet hier Stücke, die euer Interesse wecken. Bitte genießt euren Aufenthalt und besichtigt all unsere wunderbaren Ausstellungsstücke. Okay. Gut. Dann wollen wir das Museum doch mal unter die Lupe nehmen. Können wir ihn denn jetzt nochmal ansprechen? Hat er vielleicht ein Rätsel? Bitte besichtigt unsere Sammlung nach Herzenslust. Ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht. Okay. Dann schauen wir doch direkt mal hier. Professor, sehen Sie sich mal diese Vitrinen voller Sachen an. Es scheint sich um gewöhnliche Haushaltsgegenstände der Herzens zu handeln. Manche sehen ja richtig antik aus. Durchaus. Das Geschlecht der Herzens kann auf eine lange und reiche Geschichte zurückblicken. Okay. Jetzt haben wir hier diese Artefakte. Okay. Wenn wir hier in den Vitrinen echt nichts anklicken, was ist mit den Bildern? Auch nicht die Statue hier vielleicht? Was für ein atemberaubendes Denkmal. Das muss wohl Herzog Herzen sein. Wenn man bedenkt, dass das ganze Museum seinen Verdiensten gewidmet ist, ist das sehr einleuchtend. Ach, Moment mal. Ich dachte, dieses Museum gehört Herrn Beluga. Ja, das scheint auch der Fall zu sein. Dann hat er all dies im Gedenken seinen Vater geschaffen? Dann kann er ja doch kein so schlechter Mensch sein. Okay. Können wir denn hier... Ach, wir können hier sogar rumlaufen. Ist natürlich fantastisch. Uh. Uhu. Wen haben wir da oben? Sehen Sie nur, all die ausgestellten Stücke. Ob das hier ein Porträt des verstorbenen Herzogs ist? Ja, das scheint mir überaus wahrscheinlich. Als er starb, hinterließ der Herzog ein unglaubliches Vermögen. Wenn er nicht mehr lebt, wer ist dann der Vampir, von dem die ganze Stadt spricht? Sammy erwähnte, dass Herr Beluga einen älteren Bruder hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies der Mann ist, bei dem alle Fährten zusammenlaufen. Aber wenn er älter ist als Herr Beluga, dann müsste er ja jetzt greise und schwach sein. Ich dachte Vampire altern nicht. Hm. Eine berechtigte Frage. So, was haben wir hier? Ach, sieh an. Ach, sieh an. Ein schönes Familienporträt. Oha, dieses Stück hat euer Interesse geweckt, was? Ist das etwa... Diese Fotografie stellt die gesamte Familie Herzen dar. Die Folsense so unermesslich reich gemacht hat. Der ältere Herr auf der linken Seite ist der Herzog selbst. In der Mitte seht ihr den jüngeren Sohn, Frederik, und rechts den älteren Sohn, Anthony. Frederik, das ist Herr Beluga, Gründer und Eigentümer des Molensary Express, richtig? Ach, sie kennen ihn? Nun, Frederik ist auch ein guter Freund von mir und der Besitzer dieses Museums. Es ist eine tragische Geschichte. Vor 50 Jahren kehrte er Folsense und seinem Vater den Rücken. Dabei nahm er einen kleinen Teil des Herzenvermögens mit und gründete damit sein Unternehmen. Ja, Frederik Herzen ist wirklich ein Mensch voller Widersprüche. Er änderte seinen Namen aus trotz Wider seines Vaters, doch baute er ihm auch dieses Museum. Waren andere Familienmitglieder in den Zwist der beiden verwickelt? Nein, Frederik und Anthony standen sich stets nahe. Aber ihre Beziehung zu ihrem Vater war nach jenem schicksalhaften Tage nicht mehr die alte. Was geschah an jenem Tag? Der Herzog entdeckte die Goldader, die Folsense solch immensen Reichtum bescherte. Danach war er ein anderer Mensch. Etwas hatte ihn verändert. Die Gier vielleicht? Ja, die spielte auch eine Rolle. Aber es hatte sich noch mehr in seinem Herzen eingenistet. Was glauben Sie, was es war? Ich... Nein, wir sollten nicht über solche Dinge sprechen. Es steht mir nicht zu, darüber zu spekulieren, was in den Köpfen anderer Menschen vor sich geht. Natürlich. Aber bitte verraten Sie uns, wenn Sie können, wo ist Anthony heute? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo er heute ist, aber man munkelt, er lebe noch immer oben im Schloss. Aber wer würde schon in einem Bau wohnen, der weit und breit als Vampir-Schloss gefürchtet ist? Oh je, ich verplaudere ja schon wieder den ganzen Tag. Bitte verzeiht, die Arbeit ruft. Auch reiche Menschen haben so ihre Sorgen wie... Hm... Okay... Okay, okay, der sah ja jetzt auch, muss man ja sagen, so ein bisschen vampirmäßig aus, ne? Oh, fand ich jetzt schon. Also der gute Ente nehmen. Was haben wir hier? Ist das ein antikes Buch? Haben wir hier vielleicht noch Hinweis Münzen? Was haben wir denn hier überhaupt? Gar nichts. Hier auch nichts. Können wir noch weiter? Zieh dich im Museum um. Sind wir wieder hier? Geht es denn noch weiter? Da geht es nur zurück? Ne, dann müssen wir noch was übersehen haben. Können wir das hier vielleicht anklicken? Ne, auch nicht. Das war das Bild. Ja gut, da wiederholen die jetzt wahrscheinlich alles, ne? Dies ist also der verblichene Herzog Herzen. Okay. So, hier nichts am Teppich nichts. Da nichts. Das sieht nicht so aus, als könnte man hier noch was machen. Sagen die zur Statue noch was? Oder kommen wir da oben hin? Ne. Kann ich ihn nochmal ansprechen? Ich nehme an, ihr beiden wollt die Geheimnisse der Schatulle der Pandora ergründen. Stimmt's? Ja, das stimmt. Sie wissen nicht zufällig Näheres darüber? Wie ihr sicherlich wisst, ist die Schatulle ein Familienherbstück der Herzens. Wir studieren hier in Herrn Belugas Auftrag die Geschichte der Herzens und dieser Stadt. Bei eben diesen Studien bin ich auf ein bestürzendes Geheimnis gestoßen. Dieses Geheimnis birgt die Wahrheit über die Schatulle der Pandora. Faszinierend. Von welchem Geheimnis sprechen Sie ihn? Diese Frage sollten Sie nicht leichtfertig stellen, mein Herr. Die Folgen könnten fatal sein. Aber wenn ihr euren Wissensdurst partout stillen müsst, dann besucht die alte Mine am Stadtrand. Die Bergarbeiter dort führen Buch über ihre Arbeit und ihr Leben unter Tage. Wenn ihr solch ein Tagebuch findet, könnt ihr selbst erfahren, was sich damals zugetragen hat. Danke für den Rat. Wir werden uns selbst dort umsehen. Komm Luke, machen wir uns auf zur Mine. Okay, uh, Tagebuchschlüssel. Ja. Und es geht zur Mine. Das ist schön. Ich freue mich immer über neue Gebiete. Finde ich immer toll. So, als allererstes gucken wir aber nochmal ins Tagebuch. In der ganzen Stadt grassiert eine rätselhafte neue Krankheit. Einige behaupten, unsere Stadt wäre mit einem Fluch behaftet. Als einziger Erbe des Herzogs, der sich noch um Folsense schert, ist es für mich ausgeschlossen, der Stadt den Rücken zu kehren. Hätte ich nicht meine Verlobte zur Seite, wäre ich sicher schon verzweifelt. Sie gibt mir die Stärke, die ich brauche, um die Stadt zu beschützen. Okay. Okay, okay. Also, auf zur Mine. So, wo ist die denn wohl? Ach, die ist wahrscheinlich da. Stimmt, wo wir das Tor geöffnet haben, ne? Genau da unten. Und dann nach links. So, ich lasse ihn da jetzt einfach mal stehen. Der weiß meistens sowieso nichts zu erzählen. Und die beiden Damen lasse ich auch mal stehen. Geh mal einfach hier hoch. Ach, der ist wieder da. Den könnten wir nochmal anquatschen. Olson. Ich kann euch ansehen, dass ihr mit mir über etwas sprechen wollt. Aber vorher hätte ich noch eine Aufgabe für euch. Oh, nach 13 Minuten. Endlich mal das erste Rätsel. Weg mit den Kugeln 4. Ach Gott, oh Gott. Ja, ja. Gut. Ich glaube, lesen müssen wir das gar nicht, ne? Wir wissen ja, wie es funktioniert. Diagonal geht's nicht. Okay. Wow. Weg mit den Kugeln 4. Das ist schon eine krasse Nummer. Muss man sagen. Das war wahrscheinlich schon wieder der erste Fehler, ne? Ich probiere einfach mal, so gut es geht, hier irgendwie drauf loszuspringen. Das war vermutlich schon extrem blöd, weil jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Okay, neu. Also ich meine, ein paar Minuten können wir uns ja schon hier dran aufhalten, finde ich. Hm, also. Das war wahrscheinlich schon doof. Ich kann ja jetzt nur... Ne, dann mache ich den gleichen Fehler wie vorhin, nur seitenverkehrt, ne? Ich könnte dann noch so machen. Ne, dann bekomme ich die hier unten nicht weg. Ich kriege dann den niemals raus. Das ist ja... Das ist ja sinnfrei. Das ist tatsächlich sehr sinnfrei. Okay. Neu. So, ich kann aber doch im Endeffekt nur mit dem anfangen. Ich kann mit dem nichts machen. Ja, ich muss mit dem hier anfangen, oder? Dem geht nicht. Ja gut, na klar, ich könnte... Ich könnte mit dem dahin. Oder aber hier hin. Das wäre jetzt noch eine weitere Möglichkeit. Ähm, das bringt mir zumindest, dass ich die hier... Die hier oben komplett wegmachen könnte. Wenn ich mit dem dahin springe, kann ich mit dem dahin. Dann ist der unten aber wieder alleine. Dann mache ich das erstmal so. Und jetzt habe ich schon ein Problem. Ne, ich könnte den dahin. Ich könnte den... Ah, das ergibt aber wenig Sinn. Dahin. So, jetzt gut überlegen. Gut überlegen. Diagonal geht nicht. Ich kann den dahin setzen. Kann dann... Ach, doof. Doof. Kann dann den dahin setzen. Ach, Mist. Ach, Mist. Doof. Doof, doof. Wie habe ich das jetzt gemacht? So, und dann habe ich die hier erstmal nach oben geholt, ne? Ich könnte den dahin setzen. Dann ist der aber zu weit weg. Ich glaube, das bringt nichts. Hm, vorhin habe ich den direkt dahin gesetzt, ne? Ich könnte das auch so machen. Und dann könnte ich das so machen. Eieiei. Dann könnte ich den hier runter. Ergibt keinen Sinn. Dann haben wir nämlich da wieder die drei. Ich könnte mit dem hier nach oben. Dann wäre der schon mal weg. Ich könnte mit dem hier nach oben. Dann hätten wir da unsere drei. Könnte mit dem dahin springen. Könnte mit... Ne, Moment mal. Ich muss mir das gerade mal vorstellen. Also, wenn ich den hier nach oben ziehe, da ist der schon mal weg. So, dann kann ich mit dem hier darüber springen. Ist der weg, habe ich nur noch den. Habe nach wie vor die beiden. Könnte mit dem da oben hin. Dann wäre der weg. Aber dann hätten wir die hier noch da. Okay, nee, das ist Quatsch. Und wenn ich mit dem hier darüber springe, dann ist das auch blöd, weil der hier so doof am Rand ist. Gibt es denn so noch eine andere Möglichkeit? Ja, wie gesagt, das hatte ich gerade. Das ist das Gleiche, nur umgekehrt. Ich könnte mit dem darüber springen. Bringt mir nichts. Dann wäre der diagonal. So funktioniert das nicht. Nein. Ich möchte nochmal eben wissen, welche Möglichkeiten... Ach, Quatsch. Welche Möglichkeiten gibt es so? Nicht viele, außer hier oben. Außer hier oben was machen oder aber da und das bringt uns, glaube ich... Nee, das bringt uns nichts. Da kriegen wir den da unten nämlich nicht mehr raus. Ähm... Der muss wahrscheinlich echt erstmal zur Seite. Das Blöde ist... Pass mal auf, das ist doch... Das ist doch recht symmetrisch angeordnet. Kann man da nicht irgendwie auf beiden Seiten das Gleiche machen und so am Ende mit zwei hier oben rauskommen? Wo wir einen dann überspringen? Ja, ich kann mit dem da hin, da ist der aber dazwischen. Das ist doof. Hm. Ja, und wenn ich den da hinten... Dann ist der da jetzt so alleine. Huch. So. Das funktioniert mit den beiden da oben nicht. Ich könnte den da hinsetzen. Jetzt ist der weg. Nee. Das kommt auch das Gleiche raus wie vorhin, ne? Das hatten wir gerade eben. Also runter bringt mir nichts. Diagonal geht, wie gesagt, nicht. Ich kann nur den da hinsetzen. Oder den da hin, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also am ehesten dann so. Aber dann haben wir wieder das gleiche Problem. Ich überlege gerade. Wir hatten jetzt wieder so viel Dialog. Sind bei knapp 19 Minuten. Einen Versuch mache ich noch. Und ansonsten schieben wir es erstmal auf. Weil ein richtiges Rätsel hätte ich gerne in dieser Folge. Also ein gelöstes. Finde ich immer ganz schön. Also nach oben ergibt nicht wirklich Sinn. Weil dann kriegen wir die da unten niemals weg. Mache ich das nochmal so. Die beiden sind dann am Ende echt doof, ne? Wenn ich das erstmal so mache. Das so mache. Nee, dann haben wir... Nee. Dann haben wir das gleiche Problem. Wie immer. Nee, jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Ich kann ja nur dahin oder dahin. Na gut, oder aber nach unten. Aber was bringt mir das? Dann kann ich mit beiden nach unten. Und hab das dann so. Und diagonal geht ja nicht. Wisst ihr was? Wir geben es erstmal auf. Ja, und hoffen, dass wir... Gefällt euch mein Rätsel etwa nicht? Und hoffen, dass wir jetzt wenigstens noch ein anderes Rätsel hier in dieser Folge schaffen. Das wäre echt toll. Uh, wer bist du denn? Uh, eine Weggabelung. Ist da vielleicht... Ja, eine Hinweismünze. Wie viele haben wir eigentlich? Ich glaube so 45, oder? Ja, noch eine. Schön. Ja, noch eine. Wow. Der sieht ja mal cool aus. Wer ist das? Ray. Ihr müsst ganz schön unerschrocken sein, wenn ihr euch in dieses Gebiet wagt. Aber das heißt nicht, dass ich nicht sehen will, was ihr drauf habt. Ich hätte da ein Rätsel für euch. Okay. Rätsel 87. Vier Kartenfarben. 40 Pikarat. So, hier siehst du ein einfaches Kartenspiel mit 16 Spielkarten. Es besteht aus je vier Karten der vier Kartenfarben. Kreuz, Pik, Herz und Karo. Das ganze Spiel soll in einem 4x4 Karten großen Feld abgelegt werden. Vier Karten liegen bereits an ihrem Platz. Lege die verbleibenden Karten so, dass in jeder waagerechten und jeder senkrechten und jeder diagonalen vierer Reihen jeder Kartenfarbe vertreten ist. Tippe eine Karte an, um ihre Farbe zu ändern. Okay. Das sollte man eventuell noch hinbekommen. Kartenfarbe. Achso, die liegen da nur... Die sind nur so farbig markiert. Jeder Kartenfarbe. Die sind nur so farbig markiert, um... Ähm... Ja. Das besser deutlich zu machen, oder? Denke ich jetzt mal. So, dann haben wir das so schon mal. Dann machen wir... Welche Reihe machen wir dann? Dann gucken wir mal nach dieser Reihe hier. Wir brauchen noch einen Pik und hier unten brauchen wir ein Kreuz. Gehen wir das erstmal so durch. So, das heißt, hier kann... Karo hin. Und da könnte Herz hin. Wir gehen gleich, wenn ich das Ganze hier fertig habe, gehe ich alles nochmal genau durch und gucke mir das an. So, dann haben wir hier... Hm, was brauchen wir noch? Ein Kreuz und ein Karo. Da kann ja dann nur Karo hin. Und da kann nur Kreuz hin. So, dann brauchen wir in dieser Reihe noch Herz und Kreuz. Das heißt, hier setzen wir das Herz hin. Und da setzen wir das Kreuz hin. Dann fehlt uns in dieser Reihe noch ein Pik. Und in dieser Reihe noch ein Karo. So. Diese Reihe? Okay. Diese Reihe? Okay. Diese Reihe, okay. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das auch wirklich diagonal uns so alles passt. Kreuz, Karo, Herz, Pik. Karo, Kreuz, Pik, Herz. Also, sieht für mich auf den ersten Blick schon richtig aus, oder? Hier haben wir alles, hier haben wir alles. Es kreuzig, auch nichts. Nichts senkrecht. Das hier ist ja nicht diagonal. Das ist ja okay. Machen wir einfach mal. Ein Rätsel ohne Lösung. Ja, ja. Schön. Wow. Cool. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Mal super schnell ein Rätsel gelöst. Gut gelegt. Na, hat dich diese Aufgabe ins Knobeln gebracht? Dieses Rätsel lässt sich auch prima mit echten Spielkarten für einen Freund oder eine Freundin vorbereiten. Ja, das ging echt fix. Schön. Das freut mich. Genau so habe ich mir das gedacht. Ihr habt ganz schön Rätseltalent. Passt mal auf. Das Schloss Herzen liegt auf der anderen Seite des Waldes. Niemand traut sich dorthin. Aber angeblich liegen die Reichtümer des Herzogs einfach dort herum. Falls ihr das Schloss betreten wollt, seht euch vor dem Vampir vor. Oder was auch immer da lebt. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.